Shanks, einer der heftigsten Charaktere, den es überhaupt gibt und einer der beliebtesten Charaktere, den es überhaupt in One Piece gibt, weswegen ich glaube, dass, egal was ich sagen werde, sich irgendwie irgendwelche getriggert fühlen. Ihr Idioten, das ist nur ein fucking Schauspieler, in echt ist der ganz anders. Vor allem gibt es viele Diskussionen über ihn, wie stark der Knabe doch eigentlich ist. Okay, eigentlich wird er nur die ganze Zeit vergöttert, aber heute geht es zumindest darum, wie stark der Knabe doch eigentlich ist. Also zumindest im Verhältnis mit anderen, vor allem den Kaisern. Ach ja, und Spoiler, also zumindest für diejenigen, die noch nicht wissen, wie Blackbeard nach dem Skip aussieht, denn das wird man hier in diesem Video sehen. Rest ist eigentlich ohne Spoiler. Es ist offiziell, dass Shanks der einzige Kaiser ist, der Bio für Abfall hält und ebenfalls kein Gemüse frisst und deswegen auch keine Teufelsbruch gegessen hat und somit auch keine Teufelskraft hat. Auch offiziell ist, dass er tatsächlich auch ohne Teufelskraft das höchste Kopfgeld von allen Kaisern hat. Und auch noch offiziell ist, dass ihm seine Narbe verdammt nochmal krass steht. No Homo. Zu seinen Fähigkeiten ist allerdings noch gar nicht mal so viel bekannt. Man munkelt, dass er dank seinem über krassen Königshaki die Zeit anhalten kann, was man bei Pirate Warriors 3 eigentlich auch sogar nutzen konnte. Über sein Schwert ist auch noch nichts bekannt, ob es eines der Zwölf Drachenschwerter ist oder sonst etwas. Darüber weiß man auch noch gar nichts, aber ich bin mir relativ sicher, dass es eines der Zwölf Drachenschwerter ist. Alles andere wäre, naja, komisch. Aber es gibt Momente und Infos über Shanks, mit welchen wir ihn irgendwie bei den Kaisern einordnen können. Erst einmal sollte natürlich klar sein, dass das Kopfgeld eher zweitrangig ist, wenn es um die Stärke geht. Und ab irgendeiner Grenze ist ein Kopfgeld eigentlich eh schon absolut schwachsinnig. Denkt sich bestimmt einer bei so einer Summe noch, ach, den packe ich doch locker, diesen Noob. Es gibt keine Kopfgeldjäger, die auch nur im Ansatz da rankommen. Don Actino, Don, Don, der Typ da, würde denen nicht die Flagge abziehen, sondern alle seine bisher abgezogenen Flaggen geben und unterm Schreibtisch von Shanks gehen, um heil wieder aus dieser Sache rauszukommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Shanks genau weiß, was das One Piece ist. Er war ja immerhin auch noch auf dem Schiff von Roger, als er da ankam. Somit ist er ja die größte Bedrohung für die Weltregierung und somit ist das ja auch eigentlich klar, warum er das größte Kopfgeld von den Kaisern hat. Es ist auch offiziell, dass Shanks stärker als Sengok ist. Das trägt hier jetzt nicht so wirklich krass viel bei, aber das wollte ich nur mal gesagt haben, weil das untermauert, was für ein krasser Ficker Shanks ist. Er ist schon sehr jung auf Rogers Schiff aufgefallen, wo er mit circa 11 Jahren angeheuert hat. Auch wurde er zu dem jüngsten Kaiser, den es überhaupt gibt. Okay, zugegeben, Konkurrenz ist da jetzt bei dem Alter auch eher weniger da. Könnten ja alle schon glatt die CDU wählen. Oder eher mehr die Piratenpartei. Ah shit, fange ich schon wieder mit so einem Dreck an. Naja, weiter mit Big Mom, denn diese gibt uns eine ziemlich gute Info. Big Mom ist ziemlich machtergriffen, so will auch sie König Sternchen in der Piraten werden. Dabei zählt sie locker flockig auf, dass sie Kaido, Shanks und SOGAR Whitebeard besiegen könnte, wenn Lola einen Riesen geheiratet hätte. Das SOGAR lässt darauf schließen, dass Whitebeard quasi der Endboss war. Dass Whitebeard der stärkste Pirat und eigentlich auch der größte Ficker war, geht auch aus mehreren Databooks und aus mehreren Hentais hervor. Somit kann man ihn schon mal getrost auf den ersten Platz packen. Äh, aber was ist mit ihm's Hammer? Ja, gute Frage. Was ist mit dem? Nach dem epischen Tod von Edward Newgate ist die neue offizielle Nummer 1 Kaido. Egal ob im Himmel, auf dem Boden oder im Meer, es gibt kein Wesen, welches ihn besiegen könnte. Bla 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 bla. Kaido ist die aktuelle Nummer 1. Selbst Big Mom betitelt den Guten immerhin sogar als Monster, den man nicht besiegen kann. Und als, ja, Monster und so. Und wir können uns irgendwie, denke ich mal, alle einig sein, dass Big Mom auf dem letzten Platz ist. Die ist zwar ultra stark, jetzt mal ohne Scheiß, sie ist ja immerhin ein Kaiser und so, aber bei der ist man sich aus irgendeinem Grund ziemlich einig, dass sie auf dem letzten Platz ist. Ja, das liegt wahrscheinlich an der Haarfarbe. Da fehlt jetzt in unserem Ranking eigentlich nur noch der neue Kaiser, Buggy die Nase. Nee, okay, noch ist er kein Kaiser, sondern Blackbeard. Der piratigste Pirat in One Piece mit dem epischsten Ansagen und feigen Aktionen. Doch bei der Narbe, welche er Shanks zugefügt hat, war er nicht feige und Shanks war auch nicht unvorsichtig, zumindest laut Shanks Worten. Man muss bedenken, dass Blackbeard gegen Shanks komplett ohne Teufelsfrucht gekämpft hat. Er hat zu dieser Zeit zwar noch mit seiner Klaue gekämpft und Shanks somit die Narbe zugefügt, aber eine Teufelskraft hatte er nicht. Nun hat er direkt zwei Stück, mindestens, welche auch noch mitunter die stärksten überhaupt sind, was ihn, logischerweise, ein gutes Stück nach vorne gebracht hat. Die Kralle kann er ja immerhin immer noch aufsetzen, also das ist jetzt auch nicht so das Problem. Erschwerend für Shanks kommt allerdings noch hinzu, dass er seitdem einen Arm verloren hat. Hey, hey, und nicht nur das, sondern ist Blackbeard mal eben auch noch in der Pubertät gekommen und hat somit einen gigantischen Wachstumsschub bekommen. Warum? Kein Plan, aber ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, weil es wahrscheinlich so einige vergessen haben. Aus den vorherigen genannten Gründen ist eigentlich davon auszugehen, dass Blackbeard stärker ist als Shanks. Und jetzt möchte ich auch noch eben den Leuten zuvorkommen, welche jetzt gleich mit der Kriegsszene mit Shanks kommen. Natürlich war diese übertrieben episch und verdammt genial. Zwar haben Kusan und Kizaru das ignoriert, aber naja, war trotzdem geil. Hier würden jetzt natürlich ganz viele anführen, dass er alleine durch seine Präsenz den Krieg beendet hat und dass Blackbeard Angst vor ihm hatte und darum geflohen ist. Und nicht gegen ihn gekämpft hat. Aber ich sehe das eigentlich etwas anders. Blackbeard ist nicht geflohen, weil er Angst hatte. Sonst hätte dieser fiese Festsack nicht so dreckig gelacht, als er weggegangen ist. Vielmehr war es eher ein taktischer Rückzug. Er war nach der Zerberstung von Whitebeard, nach dem Kampf mit Sengok und mit einer neuen Frucht, welche er gar nicht mal so richtig kontrollieren konnte. Er war also verletzt und erschöpft. Würde Shanks ihm keine Wahl lassen, dann hätte Blackbeard natürlich gekämpft, wie man es auch von der Reaktion von Van Oga gesehen hat. Aber er hat es nicht gemacht. Er ist halt nicht dumm und hat sich von dort zurückgezogen, um somit auf eine spätere Gelegenheit mit gemeisterter Frucht, einer besseren Crew mit jeder einer weiteren Frucht und einer viel größeren Macht zu warten. Wie hat er aber Kaido zwei Tage davor abwehren können und das sogar unbeschadet? Shanks ging zu Kaido, genau wie er auch zu Whitebeard ging. Mit einem guten Schluck von dem besten Sake aus dem East Blue. Für den Alkoholiker Kaido war das Angebot eigentlich schon recht verlockend. Wenn wir die Kaisern nun also in eine Reihenfolge setzen möchten, dann wäre es wie folgt. So bei den alten Kaisern, Whitebeard an 1, Kaido an 2, Shanks an 3 und Big Mom an 4. Im Moment mit den jetzigen Kaisern eher so. Kaido an 1, Blackbeard an 2, Shanks an 3 und Big Mom an 4. Hat sich somit eigentlich gar nicht mal so viel geändert. Aber natürlich weiß ich, dass so der ein oder andere eine andere Meinung dazu haben würde und die anders platzieren würde, was natürlich auch vollkommen legitim ist. Aber ich denke, man kann schon sagen, dass Kaido die verdammte Nummer 1 ist, weil Oda das einfach gesagt hat. Quasi im Manga. Aber wie sieht eure Liste aus? Unten in der Beschreibung findet ihr einen Link zu einer Umfrage, wo ihr dann die Kaisern einsortieren könnt. Stimmt ihr mit dieser Reihenfolge überein? Dann geht auf den Link und macht die Reihenfolge so und schickt das dann ab. Stimmt ihr damit nicht überein? Dann macht eure Reihenfolge, wie ihr so wollt und schickt das dann ab. Ich bin gespannt darauf. Ich werde darauf gucken und vielleicht kommt dazu ein Video. Das war es jetzt allerdings auch schon wieder von mir. Merch-Link, Twitter, Instagram und Discord findet ihr alles ebenfalls unten in der Beschreibung. Wir sehen uns nochmal wieder beim nächsten Mal und macht's gut meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.